Was hab ich denn gemacht? Okay, mach hier. Vorsicht! Oh, Claudia und Kassel! Thank you so much! The Voice of Germany. Heute Abend, der allererste Kandidat heute Abend. Simon und Luke. Dann aber kommt als allererstes diese wunderschöne Person hier. Hallo! Der erste Kandidat heute Abend singt happy. Dann ist er happy. Das sind schon mal alle happy. Ich bin auch happy. Dann sind die Leute erstmal happy. Die müssen ja happy werden. Dann singt er mit Max Rabe. Mit seinem Idol. Mit meinem größten Idol. Ja, also mit mir. Und dann mit Max Rabe auch. Genau, auch mit dem. Ja, mit dem. Eine kleine Fokodilsträne hab ich geweint, als er das zusammen war. Und hinter der coolen Fassade ist er nämlich noch ein richtig stolzer Junge, dass er grad mit seinem Idol ist. Und dann singen wir heute als vorletztes Single, als Song zusammen. Und dann tschau, tschau, Kakao. und dann trot mal. Und dann hab ich jetzt jeden Tag. Heute ist der gute Tag um glücklich zu sein. Wenn du fliegelst! Kommst du mir geleegge! Willst du doch neu ein Zack sein? Oh. Oh. Hier haben wir irgendwo mit einem Zellster schlafen zu singen. Guck mal hier die Socken. Guck mal die Socken. Ah! Ja, ich habe auch. Sehr, sehr schöne. Sie sind ja… Oh, fuck. Ja, dann sind wir ein bisschen abgeschweift, haben über Socken gesprochen, über Beinbehaarung und sonstige Dinge. Kannst du machen, was du willst? Die Atombombe kommt so in der Windows-Computer. Und dann, wenn ich sag, ey Nico, dann ding, 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 dann kommt der Lade und da wird Nico so leicht weiß. Versuch das mal einzublenden. Da wird Nico so leicht weiß und dann kommt dieser Balken und da steht, Nico has stopped working, wollen Sie im Internet nach Problemen suchen? Oder den Tab sofort beenden. Sofort beenden geht dann aber nicht und dann klickt man immer aufs Kreuz. Und dann, bis zum nächsten Mal. Mal schau wieder nix. Mal schau wieder gar nix. Mal schau wieder gar nix. Das wird die letzte Performance hier, weil du weißt, ja. Why do good things end? So, ja, ich weiß, wir müssen... Nico Sancho! Wow! Ey, die haben mich nicht... Ich mach kurz, gleich. Hallo! 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 Der Himmel noch raus! Geh weg, Alter! Avanti, Avanti! Play with fire. Oh, 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 oh. But you can't run. You can't run. Der Sieger der Herzen. Herzlich willkommen. Der einzige. Der Allerechte. Der Echte Sieger der Herzen. Ich war nie weg. War so geil, war so schön. Ja, aber schon mal eine gute Sache, Harz. Ich muss morgen nicht ins Frühstück fernsehe, ne? Oh, geil, wir können jetzt... Jetzt? Sauf? Nein, wir können jetzt ins Bett gehen und ganz entspannt... Genau, ausschlagen. Entschuldigung, die Sendung ist jetzt hier mit, damit beenden. Nein, tschau. Sieger der Herzen. Der verdiente Sieger der... Wir freuen uns nicht. Wir freuen uns Nadmos.